Willkommen zurück zu Gothic 1. Wir wollten uns in dieser Runde jetzt einfach auf ins neue Lager machen und zwar zusammen mit Mordrek. Hallo Mordrek, auf geht's. Lass uns zum neuen Lager gehen. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut, folge mir. In Ordnung. Ich hätte voll den Riesenbogen. Ich glaube, da ist ein Langbogen. Und dann so eine komische Keule. Ambrus ist besser. Ich bin schneller. Komm und geh vor. Ist doch der liebe Mordrek. Ne Mordrek? Hallo. Hallo. Ne, ich will jetzt nichts von dir. Ach ja, und diesen Erzmod, von dem ich erzählt hab, den kann ich leider nicht verwenden. Weil dann müsste ich ein neues Spiel anfangen. Also ich hab's sogar ausprobiert, aber es funktioniert einfach nicht. Ich müsste einfach ein neues Spiel anfangen. Und darauf hab ich keinen Bock. Es hat grad geruckelt. Es hat grad geruckelt. Ja, äh, Sachen mitnehmen. Die werden aussterben, wenn sie öfter nicht über den Weg laufen. Netter Spruch. Wohin? Wieder hin? Ey, bleib stehen. Ey. Verdammt, was mach ich? Wer hier jetzt alle Monzer töten oder was? Oh cool, ich krieg wenigstens die Erfahrung. Also man geht normalerweise den Weg entlang, aber... Die werden aussterben, wenn sie mehr ständig über den Weg laufen. Die werden aussterben, wenn sie mehr ständig über den Weg laufen. Komm her, Mistvieh. Ich weiß jetzt grad nicht, wer den getötet hat, ich. Oh, ja. Hauptsache ich krieg die Erfahrung. Weil er jetzt mein Begleiter ist. Schade, dass ich ihn nicht irgendwie ins Orggebiet lohen kann. Wäre lustig. Bleib mal kurz da stehen. Kommst du mit? So, gehst du rein? So. Lecker Fleisch, ganz viel Fleisch. Ein bisschen Erfahrung. Schadet nie. Liegt hier was rum? Nachtschatten, verwitterte Axt, Trank. Die wir erstmal sowieso nicht benutzen, wäre Verschwendung. Ja, dort steht der wie so ein Hund. Komm, weiter geht's. Waldbeere. Von denen hab ich noch nicht genug. Nein, natürlich nicht. Also das sind Steinwurzeln. It's a wolf. Töte mich nicht. Wieso macht mir der so viel Schaden? Der ist ja noch so einer. Die werden aussterben, wenn sie mehr ständig über den Weg laufen. Jetzt hab ich die Erfahrung nicht gekriegt, weil der Sack mit dem Bogen den getötet hat. Ich mein, da sind so Wölfe um sein Lager hier und der macht davon nix. Der lässt sie leben. Um ihn kümmern wir uns auch später. Wir wollen jetzt erstmal ins neue Lager. Komm. Oh, Drek. Oh, Drek. Also, damit man nicht ständig zwischen den Lagern hin und er erinnern muss, gibt es später, aber leider auch erst später, Geschwindigkeit, Tränke und Teleportruhen. Finde ich auch ganz nett. Nein! Wieso schlägt er den denn? Lass mich eben die Scheiße hier aufheben. Links, 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 rechts. Nett. Und die zwei Dietriche sind sogar wieder drin. Finde ich auch gut. Die machen wir auch später. Da hinten, also wenn ich da weitergehe, geht es übrigens zur alten Miene für die Vertrauensprüfung, die wir absichtlich vermasseln werden, damit wir beim neuen Lager aufgenommen werden. Aber dann, also später mehr. Ja. Ne, Maldrick. Sag einfach ja. Oh. Neues Lager. So, hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich's mir so recht überlege, ich glaub, ich bleib ne Weile hier. Ich hab fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Warte, warte, warte. Gut. Vergessen wir. Ja. Kurz speichern. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du bist ja erst aus dem neuen Lager, der unter meiner Klinge sterben wird. Also nicht sterben, sondern mir seine Erfahrung und andere Sachen geben wird. Stachelkeule. Zeug, zeug, zeug. Langbo. Gut, ich weiß nicht, warum wir wohnen, weil wir wohnen, weil wir wohnen, weil wir wohnen. Ganz toll. Ähm, eben diesen Dings da ausprobieren. 25 macht das schlechter. Das hättest du besser nicht getan. Ja, und was soll ich jetzt machen? Mach, dass du wegkommst. Äh, ja. Okay, dann hab ich auch noch einen Auftrag gefüllt. Okay. Ich scrolle gerade nach unten. Da sind wir. Hm, hm. Kann ich den ausrüsten? Ich glaub schon. Ja. Jetzt hab ich einen Landbogen. Ja, zieh einfach. Wat? Hä? Boah, ist der cool. Guck mal, die Keule bedient werden mit Telekinesen. Und raucht währenddessen ein Joined. Mach das mal nach. Geil.